Was ist Architektur? Architektur ist fast die älteste aller Künste, wenn ich mal das Trommeln und Singen vergesse. Architektur ist so alt, wie die Menschen sesshaft werden wollten und mit der Sesshaftigkeit begann die erste Kultivierung. Und wenn man nicht ganz so weit zurückgeht, dann ist es etwa so, wie die Römer das definiert haben, der alte Baumeister wie Truf, Utilitas, Firvitas, Venustas, also Brauchbarkeit, Festigkeit, Schönheit. Der hatte den Begriff der Schönheit und man wusste damals ziemlich genau, was man damit meinte. Was kann Architektur? Architektur muss können, was man auch von der Politik verlangt, nämlich in den Sachzwängen tanzen. Architektur ist ja keine freie Kunst, wie die freie bildende Kunst, mit freien Künstlern, die nur sich selbst verantwortlich sind, sondern Architektur ist eine Auftragskunst, die sich verantworten muss. Meistens ist auch noch die Gesellschaft Auftraggeber und Kontrolleur, da muss man durch und man muss sich vor der Gesellschaft verantworten. Und dann ist es die Kunst, ordnend zu inszenieren, nämlich eine Inszenierung, die jeder benutzen muss. Man kann Architektur nicht abhängen wie ein Bild oder ausschalten wie Musik. Das ist die Kunst der Inszenierung mit lauter Sachzwängen. Es gibt keine einzige Kunst, die so viele Schnittstellen hat zum Leben und zu allen anderen Künstlern. Also Sachzwänger, es muss funktionieren. Es muss konstruktiv gebaut sein, technisch. Es muss juristischen Regeln standhalten. Es soll aber darüber hinaus nicht nur praktisch sein, sondern es soll auch die Seele befriedigen. Das heißt, da es fast immer unmittelbar nicht für Roboter ist, sondern für Menschen, muss die Seele angesprochen werden. Das heißt, es muss Verweilqualität geschaffen werden. Und das hat mal einen Philosophen gegeben, Ernst Bloch, der hat gesagt, Architektur ist der Produktionsversuch menschlicher Heimat, also etwas ganz Komplexes. Das alles soll Architektur können. Und das kann man nur, wenn man ein Generalist ist. Insofern ist Architektur den Politischen sehr ähnlich. Man muss von allem etwas verstehen, eine Querschnittskunst, und man muss sich für alles verantworten. Es geht eben nicht darum, sich selbstreferenziell darzustellen. Wie positionieren Sie sich im Diskurs der Architektur? Als Architekt ist man eigentlich gut beraten mit der erforderlichen Demut. Ich habe ein ganz großes Missvergnügen an diesem Begriff Star-Architekt. Weil deren Verhalten ist eigentlich typisch für unsere Eventgesellschaft und für unsere Vermarktungsgesellschaft. Da geht es nicht mehr um Inhalt, sondern nur um Branding, um Styling. Mit der genügenden Demut fragt man erst mal, was wird gewünscht und was wird erwartet? Und was tut den Menschen gut? Und wenn man sich klar macht als Architekt, dass natürlich ausgesprochen oder nicht ausgesprochen eigentlich immer Schönheit erwartet wird, ein Begriff, über den sich heute Intellektuelle nur noch streiten, dann ist das eigentlich sehr einfach. Wenn man alles richtig macht, wahrhaftig richtig, das heißt den Zweck erfüllt, wenn man alles richtig konstruiert, es ist auch noch dauerhaft konstruiert und damit automatisch nachhaltig, dann ist es das, was auch jeder Ingenieur macht. Das gilt sogar für jedes Schlachtschiff und für jeden Phantomjäger. Die können ästhetische und sensationelle Wunderwerke sein. Aber in dem Moment, wo man dabei etwas für die Menschen gewinnt, das heißt Verweilqualität und nicht nur ein äußerliches Wohlgefallen, sondern auch ein Wohlbefinden, also ein persönliches oder ein soziales, in dem Moment verbindet sich das Rationale mit dem Emotionellen, das soll Architektur leisten, das muss ich als Architekt leisten und in dem Moment des Wohlbefindens kommt ein Moment des Glücks und dann leuchtet im Sinne der alten Kirchenfeder der platonischen Trias das Schöne auf, er glänzt das Schöne. Es war ja früher ein geflügeltes Wort. Wahr, intellektuell, gut, ethisch, aber erst wenn das perfekt verschmilzt, dann er glänzt die Schönheit. Also da haben wir den Platon weitergeführt durch die Kirchenfeder und das ist genau die Definition. Was nicht in diesem Sinne ästhetisch wohltuend fasziniert, also denken Sie an Mozart, wo einem die Tränen kommen können, denke man an eine Kinderzeichnung, die in ihrem Bemühen etwas ausdrückt und einen so anspricht, in dem Moment glänzt Schönheit auf und wenn das Architektur erreicht, ist es wunderbar und das muss vor allem Städtebau erreichen. Und was nicht passieren darf, ist die Erfüllung der technischen Notdurft. Das ist viel zu wenig. Das ist dann noch keine Architektur, selbst wenn sie technisch brillant gemacht ist. Können Sie uns vielleicht noch etwas über Architektenbauten, Referenzen, die für Sie prägend waren, sagen? Es waren sehr häufig Auseinandersetzungen aus dem Dialog. Also ich habe gesagt, ich halte nichts von selbstreferenzieller Architektur und von einem egomanen Styling in einer Marktwirtschaft, wo nur das Branding gilt. Die faszinierendsten Aufgaben waren immer dann, wenn man sich mit dem Inhalt einer Auseinandersetzung im Dialog auseinanderzusetzen hatte oder mit einem speziellen Ort oder mit einer gesellschaftlichen Inzidierung. Das ist dann egal, ob das eine Messe war, wie etwa die neue Leipziger Messe, ein Signal für den Wiederaufbau nach der Deutschen Vereinigung oder ob das ein großes Stadion ist als Choreografie der Massen oder aber, ob das zum Beispiel ein komplexes Bahnhof, selbst ein technisches Bahnhof-Projekt, wo man ja ein Missbehaken oder ein Wohlbefinden empfinden kann. Also das waren die faszinierenden Projekte und das waren immer Dialogprojekte, also mit dem Auftraggeber, aber speziell natürlich mit der Aufgabe selbst. Und was kann man daraus machen, mehr als nur die technische Zweckerfüllung. Und das hat fasziniert und das war auch immer das Erfolgstrezept unseres 50-jährigen Entwerfens. Ich hacke mich da gleich ein. Bei der letzten Frage geht es ja um Entwurfsprozesse, Entwurfsmethode, also Dialog haben Sie ja schon angesprochen. Also die Entwurfsmethode beginnt eigentlich zunächst erstmal richtig wahrnehmen. Die meisten Fehler im Leben ist ja mangelnde Wahrnehmung. Da kann man den falschen Lebenspartner nehmen, man kann einen Dialogpartner falsch wahrnehmen, man kann eine Situation falsch wahrnehmen. Man hat keine Chance mehr, es ist verdorben. Man muss also erstmal eine Aufgabe richtig wahrnehmen, wenn man glaubt, man habe sie richtig wahrgenommen. Am besten übrigens im Dialog. Sonst kann man sich sehr erinnern. Dann beginnt im Grunde genommen ein Brainstorming. Das heißt, wenn das eine Fragestellung ist, sich selbst misstrauen, dass man eine geübte Antwort gibt, sondern sagt, was kann es für Antworten geben? Und dann sortiert man kritisch im Brainstorming Lösungsmöglichkeiten und dann kommt man zu einer Prognose. Und dann macht man zu dieser Prognose wieder Alternativen. Und dann beginnt eine Teamarbeit. Man kann das zwar im Dialog mit sich selbst machen, aber in aller Regel ist es viel, viel, viel leichter, das im Team zu machen. Dann führt man einen Dialog und wählt aus den Alternativen aus und wenn man dann jetzt eine ausgewählt, also nach dem Ausfallverfahren zu einer Antwort kommt, dann fängt man an durchzuformulieren und zu feiern. Und da kommt immer wieder dieser Punkt, wie man zum richtigen Waren und zu einer sozial guten Anwendung dann auch noch die Schönheit erreicht, dadurch, dass man das so aufeinander abstimmt, das ist dann plötzlich auch für den Benutzer her praktisch aufreicht und sagt, das ist ja schön. Das ist eine gelungene Antwort. So, und das setzt natürlich immer die Initiative da voraus. Und der Architekt ist insofern ein Generalist, der natürlich von allem etwas wissend, die Fragestellung richtig begreifend, die Initiative zum Hinterfragen beginnen muss, also mit den Prämissen einer Frage, dann auch die Initiative zum Brainstorming ergreifen muss, dann zu den Alternativen. Und in dem Moment, wo man das tut, also wo man diese Initiative übernimmt, wächst die Führung einem zu. Denn nur wer Initiative hat, muss sich dafür rechtfertigen und schon kommt man in eine Führungsposition. Das kann durchaus eine Führung als Primus inter Paris laufen. Das hat bei uns im Büro 50 Jahre lang funktioniert. Und das ist auch das Geheimnis unseres Büros. Also wir sind nicht der klassische Fall, auch wenn man manchmal falsch so tituliert wird. Das ist kein Laden von Stars, sondern das ist tatsächlich ein großes Team mit unglaublich starken Partnern und fantastisch guten Mitarbeitern. Das A und O ist Motivation.